Hallo und herzlich willkommen zu Hogwarts Legacy. So, hab ich keinen Bock. Ihr mich auch, ihr mich auch. Panzer-Sperren. Kompletter Schwachsinn. Hab noch nie im Leben so viel Unsinn gehört. Man könnte glatt meinen Mondkalb... Okay. Das klappt also noch. Hm, nicht der beste Ort so ganz ohne Begleiter. Du bringst dich schon alle um, das ist... Oh. Hey! hier was Ach, Lilith, meine kleine Killerin. Und das als Fünfklässer. Lo, 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 lo. Hä? Komm ich nah dran. Hier sollte ich mich lieber nicht allein erwischen lassen. Immer krieg ich die langweiligen Aufgaben. Ja, ne, ist klar. Ja. Ja, komm schon. Schön. Ich danke. Die Tierschieberin hat unseren Helfo-Greif geklaut. Du hast recht, den Verstand deines Feuers. Ego! Schwäch legt! Ego! 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 ja eigentlich soll das so eher so langweilig das ist so langweilig wieso verwandelte den huhn sieht nach erger aus der ärger ist vorbei was so scheißpinnat Das war's für heute. Wie geht's? Gott. Rebellion. Oh nein, hier sollte ich vielleicht nicht allein aufschlagen. Bleib entspannt, ich bin bei dir. So, Lilith, wie kommen wir an die Truhe da ran? So nicht. Hm. Rebellion. Was soll das? Was sieht da aus wie eine Tür, ne? Wo ist denn der Mechanismus? Hä? Huh. Ne Lampe. Wieso komm ich da nicht ran? Ein paar unüberwindbare Lappen. Egal. Kann man hier um alles. Mit Frost. Feuer und Frost. Alles klar. Der Ort auf der Karte ist nicht weit von hier entfernt. Okay. Hast du auch ne Ahnung wo? Da oder was? Egal. Okay. 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 Hallo, Mora! Untertitelung aufgrund der Audioqualität nicht möglich Was ist das? Nehmen wir, nehmen wir, nehmen wir, nehmen wir. Nehmen wir auch. Okay. Gut. Ich tippe mal hier, ne? Ich tippe mal hier. Ich tippe mal hier. Schade, dass das niemand gesehen hat. Wieso? Lalalalalala. Ja, komm. Ich bin so ein bisschen, ein bisschen verwirrt. Weil ich jetzt nicht genau weiß, wo ich hin soll. Finde den Schatz anhand von Henriottas Karte. Was mich irritiert ist, dass da noch so eine Quest ist mit Henriottas. Magst du schmerzen? Was war das? Schießt nicht nochmal auf, ne? Kleiner Muck, du. Habt ihr denn hier irgendetwas von wert? Nee, ne? Nee, ne? Habt ihr nicht, ne? Hey. Okay. 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 Was ist das? Was ist das? Rebellion Aha Ok 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 Da wäre Merlin persönlich stolz Hambart Alles klar Ich weiß halt nicht, wie ich anhand von dem hier Schmetterlinges Oh 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 Gebüsche Alles klar Oh 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 Kugel Kugel müssen wir finden Oh 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 Rebellion! Action! Rebellion! Rebellion! Und der Rest? Brauche eine extra Einladung. Also. So. Okay. So, was hat's hier mit Rebellion? Rebellion Leviosa! Da vorne war auch so ein... ...Sarkophagdeckel. Tja. Rebellion! Eine Truhe. ... 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 Ne, echt nicht. Ihr wollt mich verarschen, jetzt muss ich das Ei da rüberschießen. Tja. Neh. 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 Schüssig hier vorne. Ihr seid Bastard. Ihr seid Bastard. Gibt es irgendeinen Zauber, womit ich mehr... Was ist mit ihm denn hier? Da braucht er da richtigen Schub. Ein Bombarder macht... Schub. Ich war ja ernst, ne? Ich war ja ernst, ne? Das ist nicht euer fucking ernst. Und Reparo funktioniert einfach nicht. Na, ist klar. Ja, wie soll... Ernsthaft? Wer denkt sich sowas aus? Halt, ein Randhund. Ja, ich versuch's. Ja, ich versuch's. ist komplett ich komme mir kaum rüber weißt du dann soll ich eine kugel darüber schieben die gemeint hat ist deren verfickte was ist da los konfringo ich konfringo die gar ein reine glückssache ob ich genug geschwindigkeit aufbauen kann effekt euch entwickler wirklich fickt euch welcher hurensohn hat sich das ausgedacht wirklich weißt du das ist kein rätsel das hat auch nix mit mit skill zu tun das ist einfach nur bullshit so 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 es ist es ist einfach nur fucking bullshit wirklich ohne witz fickt euch macht euren dreck alleine wirklich ohne witz welcher bastard hat sich so ein scheiß ausgedacht reine glückssache reine glückssache ob es hinbekommt oder nicht so 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 Ich hab doch nichts vergessen, ne? Ja, Arresto Momentum. Okay, bringt mir nix. Glatius bringt mir wahrscheinlich auch nix. Livioso bringt mir nix. Ja, ich könnte ihn in eine Maus verwandeln, rübertragen und dann zurück verwandeln. Da ist er hier. Ja, oder der. Könnte auch sein. Hab ich auch hier drin und probiert gleich nochmal. Ich bin nur, ich bin nur trotzdem, ich bin, ich bin, äh, da bin ich, bin ich leicht angepisst bei sowas. Alles mit euch, Schmetten-Schmetterlinge. Alles klar. Ja. Was war das? Kleine Spielsache? Egal. Leck mich an, Arsche. So. Wie kommen wir da rein? Cool. Revenio. Hm, 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 hm. Komm, dring los. Taxi. Repair. Luft. Luft. Luftgegrin. Der Leck. Geh. Was ist das? Ah! Hmm. Tja, muss ich wieder raus hier oder was? Okay. 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 Ach, wir haben jetzt schon. Okay. Alles klar. So. Probieren wir es nochmal. Das kleine Rätsel aus der Hölle. Wobei ist er kein Rätsel. Wieso ist er? Er hat sich jemand einen Haustroller. Hm. Könnt's regnen. Komm. Wieso ist der Herr? Wieso ist der Herr? Oh. Wieso ist der Herr? ja okay der pulso ist es bin trotzdem noch nicht wirklich überzeugt ich bin noch nicht wirklich überzeugt da schlimmstes merlin rätsel ever schlimmstes merlin rätsel ever wirklich komm weil es so geil ist was hast du diesmal für mich auf lager mir eine verkackte kugel siehst du doch wo soll die diesmal hin ach da alles klar oder auch nicht gut da ist irgendwas drauf ne wirklich ohne witz du sollst da drauf schießen weißt du die die fette tonnenschwere kugel hat was gegen so ein paar pappschachteln aber die bretter kriegt sie weg komm einfach weil ich bock drauf habe ich bin ich bin gut so an der stelle nimmt mir so jetzt das pad weg weil ich glaube ich heute ein bisschen 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 neben der spur bin äh guck mal ein händler nice ich bedanke mich fürs zusehen ich entschuldige mich für mein äh temperament heute sag ich einfach mal finde den schanz anhand von henry ja ok ne zu sowas bin ich heute wirklich glaube ich nicht in der lage ich wünsche euch was bei bei b b b Untertitelung des ZDF, 2020